Ja, hier können Sie gleich sofort wählen, wobei dieser Durchgang nicht ohne die vorige Sendung verstehbar ist. Also, Sie müssen die Nummer, das müsste die Nummer 714 sein und Sie müssen die 713 zuerst hören. Und noch ein Hinweis, was vergessen wurde bei Nummer 1, ist der Hinweis, dass Sie uns kennen könnten aus vielen Sendungen mit Programmdiskussionen mit einer der drei Varianten, die aus der Partei Wir 2020 entstanden sind. Da gibt es ja mindestens drei Spaltprodukte sozusagen, die existieren und eine davon hat sich von uns ausführlichst helfen und beraten lassen beim Parteiprogramm. Ja, und dann ansonsten sollten Sie hier unten rechts sofort schneller drehen, 1,5 oder 1,75, weil ich doch sehr langsam rede oder es wenigstens versuche. So, wir widmen uns in der ersten, also Sendung 713, müssen Sie schauen, und da ging es um die Anfänge von dem Programm der Basispartei. Jetzt gerade widmen wir uns den Anfängen der Partei Wir 2020 EU, also einer dieser drei Parteien, die es rund um das Thema Wir 2020 gibt im Moment, meines Wissens jedenfalls gibt. Und ja, Rücknahme der unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen, das ist selbstverständlich. Aber ich würde mir wünschen, da sollte, also jetzt müssen Sie wieder abstimmen, das wäre jetzt die Abstimmung Nummer 3. Also die Abstimmung Nummer 3 geht darüber, was Sie besser finden, das, was da im Programm steht oder das, was wir empfehlen würden, das da stehen sollte. So, und zwar, was würden wir Ihnen empfehlen, das da besser stehen sollte. Wir sollten alle nach Weißrussland blicken, denn aus wissenschaftlicher Sicht haben wir nur eine Kontrollgruppe, die erstens hier ganz in der Nähe ist, wo das Virus sicherlich das gleiche ist und wo sozusagen, ja, im Prinzip keine Möglichkeit besteht, dass da irgendetwas anderes sozusagen vorliegt, ein anderes Virus oder so. Und es ist auch bekannt, dass Corona in Weißrussland angekommen ist, also in einem der benachbarten Länder hier von Deutschland. Dann haben viele Zeugen und viele Journalisten Leute interviewt. Alle Leute, die also finanzinteressiert waren, die also selber Geld verdient haben, mit Krankheiten sozusagen, die haben gesagt, sie seien total besorgt wegen Corona. Dann kamen andere Journalisten und die haben gefragt, kennen Sie denn jemanden, haben Sie gehört von jemandem im Bekanntenkreis, der an Corona gestorben ist oder auch nur schwer erkrankt ist? Und dann sagten praktisch alle, nee, wir kennen niemanden und einer kannte wohl eine 93-jährige Dame, die verstorben ist ja, aber in dem Alter darf man auch ruhig mal sterben. Und jetzt ist ja folgendes, dieser Präsident Lukaschenko hat ja lauter Feinde in aller Welt. Man will ihn stürzen und so weiter. Wenn es doch jetzt die Wahrheit wäre, dass in Weißrussland, weil die keinerlei Maßnahmen gemacht haben, sondern Corona völligst ignoriert haben. Lukaschenko, Corona gesagt hat, so nach dem Motto, so das ist ein weltweiter Irrtum, das ignorieren wir. Dann müssten doch jetzt nach unseren Thesen hier in Deutschland, nach unseren Irrtümern hier in Deutschland, den sogenannten vorteilbringenden Irrtümern in Deutschland hier, die ja überall massenhaft verbreitet sind in den Köpfen, müssten doch jetzt die Leichenberge sich stapeln in Weißrussland. Und das müssten doch, die Bestatter müssten doch feststellen, dass ganze Berge von Toten da sind, viel mehr Kundschaft als sonst. Und es müsste doch jeder sagen, so in meinem Bekanntenkreis habe ich gehört, da sterben die Leute wie die fliegen und das ist ganz anders als in den vorigen Jahren. Und jetzt muss man sich als naturwissenschaftlicher Denker fragen, warum, bitteschön, wird jetzt also nicht mehr gestorben, sozusagen in Weißrussland? Ja, nein, man muss sich fragen, warum gehen nicht die Leute, die solch einen Hass auf den Präsidenten Lukaschenko haben und verkünden überall, auch vor allen westlichen Journalisten und so weiter. Und es wird ja ständig berichtet über die Testbewegungen in Weißrussland gegen den Präsidenten Lukaschenko. Warum gehen die jetzt nicht zu den Journalisten hin und sagen, wenn es doch die Wahrheit wäre, Lukaschenko lässt die ganze Bevölkerung an Corona sterben, indem er Corona ignoriert. Warum geschieht das nicht? Ja, das ist ja die Schlüsselfrage. Und deswegen müsste hier stehen, sorgfältiger Blick nach Weißrussland. Und wenn es sich bestätigt, dass in Weißrussland ohne jegliche Corona-Maßnahmen nicht gestorben wird, auf jeden Fall nicht besonders übermäßig gestorben wird, dann sofortige Rücknahme aller Maßnahmen. Das wäre sachlicher. So, bitte jetzt abstimmen. Also Punkt Abstimmung 3. Also 3. Ja oder nein? Finden Sie die Formulierung hier, die wir hier machen, mit Rückblick auf also insgesamt 30 Professoren und Doktoren und so weiter. Ich nenne es die Argumentationslinie der Professoren. Finden Sie die besser als einfach nur so? Und ja, also ja oder nein? Also Abstimmung 3. Ja oder nein? Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie noch dazu, ob Sie wir 2020 oder Basismitglied sind oder noch nicht Mitglied sind, aber erwägen. Und ja, und nach dieser Abstimmung 3 kann man sich auch fragen, ist es überhaupt sinnvoll, andere Argumente zu bringen, wo alles so verzwickt ist, wenn wir doch eigentlich nur nach Weißrussland blicken müssten? Ja, das ist so die interessante Frage, die ich Ihnen mal so stellen möchte. Würde es, reicht es nicht völlig aus, dass wir ein für alle Mal nach Weißrussland blicken und damit die Sache dann erledigt ist? Gut, so viel. Also Abstimmung, also 3, ja oder nein? Blick auf Weißrussland und dann Beendigung der Maßnahmen oder einfach so? Ja, wenn Sie dafür sind, dass der Hinweis auf Weißrussland rein sollte. Wenn nicht, dann schreiben Sie nein, ne? So. Aufarbeitung der Corona-Politik durch einen Untersuchungsausschuss. Das ist jetzt Abstimmung Nummer 4. Also, die Professoren sagen, nein, keinen Corona-Untersuchungsausschuss. Da geht es ja nur darum, die Menschen anzugreifen, die wir als Koalitionspartner brauchen. Die Next Scientists for Future haben in einer simulierten Bundestagswahl zwar 56 Prozent erreicht, aber erst nach 50 Minuten gründlicher Kennenlernzeit. Und sowas ist bis zur Bundestagswahl, und zwar Ihres Programmes, ist nicht möglich zu erreichen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass man jetzt schon bei der bis zur Bundestagswahl sich hocharbeiten kann bis auf 56 Prozent. Wahrscheinlicher ist, dass man, wenn eine Partei sich stark auf das Programm der Next Scientists for Future stützt, nextscientistforfuture.de stützt, dass dann sozusagen 20 Prozent drin sind, 28 Prozent. Mit 28 könnte man den Kanzler stellen, aber man wäre trotzdem auf Koalitionspartner angewiesen, wie zum Beispiel die CDU oder die Grünen. Und ein Untersuchungsausschuss gegen genau die möglichen Koalitionspartner zu machen, würde dazu führen, dass böses Blut gesorgt wird. Und für böses Blut gesorgt wird, das würde zwar die Racheliste und die Hassgeliste vieler befriedigen, würde aber destruktiv wirken, weil dann die CDU und die SPD, die Regierung, würden dann mit allem Hass und allem Zorn reagieren und würden dann alles dafür tun, dass die neue kommende Volkspartei sozusagen, egal wer das am Ende auch immer sein wird, dass die genauso als Aussätziger behandelt werden wird, wie jetzt die AfD und wie früher die Linke als Aussätzige behandelt wurden. Und das würde so kommen und das bringt uns nicht weiter, denn wir müssen mit den Leuten am Koalitionstisch freundlich zusammenarbeiten und müssen denen mit Freundlichkeit eine extreme Demokratisierung Deutschlands noch abbringen und so weiter. Und deswegen ist ein hasserfüllter und wut- und zornerfüllter Untersuchungsausschuss genau das Falsche. Deswegen, also der Abstimmung 4, diesen Punkt unterscheiden, also ersatzlos streichen überall in der Partei. Wenn Sie dafür sind, schreiben Sie 4 Ja, wenn Sie dagegen sind 4 Nein. Reform des Gesundheitssystems mit zum Beispiel Verbot einer Impfpflicht, stattdessen Beratungspflicht. Reform des Gesundheitssystems, ja, aber da da ja nicht steht, was für eine Reform, lassen wir das erst mal, bevor ich jetzt hier die Gesundheitsreform der Professoren ausbreite, lassen wir es einfach erst mal weg. Und Verbot einer Impfpflicht, das ist selbstverständlich. Also sozusagen jegliche Form der Körperverletzung und sei sie auch noch so gut gemeint, unter egal welchem Vorwande, ist verfassungswidrig und darf niemals stattfinden. Entsprechend darf es auch noch nicht mal eine Beratungspflicht geben. Denn eine Beratungspflicht über eine Körperverletzung wäre schon ein viel zu großer Eingriff in die Grundrechte. Also Reform, also Vorschlag der Professoren, Reform des Gesundheitssystems stehen lassen. Denn das Gesundheitssystem ist es ja gerade, was mit uns Schlitten fährt. Und zwar die Pharmakonzerne, die Medizinkonzerne, die Impfkonzerne, die Virologieindustrie, die Testkonzerne, die Maskenkonzerne, die fahren ja und mit uns alle gerade Schlitten. Insofern brauchen wir eine Reform des gesamten Gesundheitswesens, das ja nicht ein staatliches Ding ist, sondern ein Wirtschaftsding ist, so wie, wenn wir sagen würden, eine Reform des Ernährungssystems, besonders unter Einbezug von McDonalds. Genauso müssen wir das gesamte Gesundheitswesen reformieren, das ja überwiegend aus Industrie besteht, also aus kommerziellen, geltlich interessierten, also nicht heiligen Instanzen, sondern profitorientierten, profitsüchtigen und damit total sozusagen unendlich weit von einer Unabhängigkeit oder einer unabhängigen Expertise kilometerweit entfernt. Denn alles, was auch jeder Arzt, der im Gesundheitsamt arbeitet, hat seine Ausbildung und seine vorteilbringenden Irrtümer in seinem Gehirn, hat er erworben bei einem Industriebetrieb. Der Industriebetrieb, der paradoxerweise eine staatliche Universitätsausbildung hat. Aber das in erster Linie deswegen, weil es so gefährlich ist, weil wer Medizin betreibt, ja eine Ausnahmeerlaubnis zur Körperverletzung bekommen muss. Und das kann nur der Staat machen. Und deswegen hat man dann wahrscheinlich auch gleich das Studium, obwohl es ja ein Industriestudium ist, hat man es gleich in den Universitäten mit aufgenommen, obwohl es eigentlich in Konzernhand gehört. Denn dann wäre es ehrlicher, weil es ist ja einfach nur ein Wirtschaftszweig, der uns sagt, was wir tun sollen, damit er am meisten Profit macht. Also wir brauchen deswegen Änderung, der Vorschlag der Professoren, den Rest streichen, weil es selbstverständlich ist, oder Reform des, ich mache mal den Vorschlag der Professoren und dann sagen Sie ja oder nein. Vorschlag der Professoren, Reform des gesamten Gesundheitswesens und der gesamten Gesundheitsindustrie mit einem selbstverständlichen Verbot jeglicher Impfpflicht oder jeglicher anderen sozusagen Verletzungen des Grundrechtes auf körperliche Unversehrtheit. Ja oder nein? Das ist Abstimmung 4. Sie schreiben jetzt also, machen jetzt Stopp und schreiben unten in die Kommentare 4, ja oder nein. So, jetzt kommen wir zur Abstimmung 5. Friedenspolitik auf Augenhöhe anstatt Rüstungspolitik. Also bei Abstimmung 5 geht es darum, ob diesen Passus zu ersetzen. Denn das ist aus Sicht der Professoren sind das Worthülsen, bedeutungslose Worthülsen. Weltweiten Pazifismus wiederherstellen, denn es gibt wissenschaftliche Hinweise, dass es ihn schon mal gab, dadurch, dass jede Rüstungsfirma nur noch dann überleben kann durch Verdienstzuschüsse seitens der Regierung. Diese Verdienstzuschüsse sind so großzügig, dass sie quasi den Unternehmen problemloses Überleben ermöglichen können, so auf dem Niveau, wie es bisher war. Nur, dass sie in Zukunft diese Gelder nur noch bekommen, wenn sie im Laufe der nächsten zwölf Monate, des nächsten Jahres, es schaffen, dass die Zahl der getöteten Menschen, durch Gewalt getöteten Menschen auf der Erde um 5% zum Beispiel, als Beispiel zurückgeht. Das heißt, wir machen das so, dass die bisherigen Rüstungsfirmen umdefiniert werden als Friedensförderungs- und Pazifismusförderungsfirmen und die kriegen dann ihre Gehälter, die Aktionäre kriegen dann ihre gleichen Dividenden, wenn die Firma es geschafft hat, innerhalb eines Jahres dafür zu sorgen, dass zum Beispiel in einem bestimmten Krisengebiet der Erde, für das sie sich zuständig erklärt hat, dass da die Zahl der getöteten Menschen und verletzten Menschen durch Gewalt und Waffen und so weiter, Sprengstoffe und alles Mögliche, im nächsten Jahr also um 5% zurückgegangen ist. Wenn das durch unabhängige Datenerhebung bestätigt worden ist, dann erhalten die die gleichen Gelder. Ansonsten schrumpft deren Geld um vielleicht 10% oder 20%, das muss man diskutieren. Wenn Sie diesen Vorschlag, der würde natürlich entsprechend gekürzt werden, aber diese Formulierung der Professoren besser finden, dann schreiben Sie jetzt 5, ja. Wenn Sie den alten Punkt identisch erhalten wollen, schreiben Sie 5, nein. So, wir kommen zur Abstimmung 6. Förderung des Mittelstandes als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Vorschlag, ersatzlos streichen. Wegen völliger Irrelevanz. Was soll denn das heißen? Das kann alles und nichts heißen. Ja? Förderung des Mittelstandes. Das heißt, wollen Sie jetzt hingehen und Unternehmern einfach mal so Geld in die Tasche stecken? Wozu? Wenn wir eine gesunde Gesellschaft werden, sowieso durch die Professoren mit einem riesigen Wirtschaftswunder, dann brauchen wir die nicht extra noch mal zu fördern. Also, Abstimmung 6. Wenn Sie für eine ersatzlose Streichung dieses irrelevanten Punktes sind, dann schreiben Sie 6, ja. Wenn nicht, 6, nein. Jetzt kommt die Abstimmung Nummer 7. Wiederherstellung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Ja, eine Sekunde. Ich brauche gerade einen Stift. Ja, jetzt habe ich den Stift. Ersatzlose Streichung. Schlagen die Professoren vor. Warum? Die Meinungsfreiheit war gar nicht angegriffen. Wir haben, was wir haben, ist, dass wir zu wenig Bestrafungen für Leute haben, die solche Leute wie Professor Bhakti oder Professor Dr. Wodak in unzulässiger Weise beleidigt, diffamiert oder sonst etwas haben. Da, das brauchen wir. Wir brauchen also stattdessen eher so etwas wie strengste Strafen für Beleidiger und Diffamierer von Andersdenkenden. Ja, wenn Sie dafür sind, dass wir jetzt also erst einmal statt Wiederherstellung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit Meinungsfreiheit erst einmal nur schreiben, also diesen Punkt streichen und dann erst einmal nur streich, Ach so, ich muss noch erläutern, warum die Meinungsfreiheit niemals eingeschränkt war. Weil die Menschen, die gesperrt wurden, zum Beispiel in dem Internetfernsehen und die gelöscht wurden, tatsächlich strafbare Handlungen begangen haben. Sie haben Worte gewählt. Ich mache nur ein Beispiel, wenn ich einen bestimmten Milliardär quasi als Verbrecher hinstelle oder gar bezeichne, was nur ein Gericht dürfte und auch dann nur mit der Formulierung, dass diese Person verurteilt worden ist wegen der Dinge. Und dass dieses Urteil rechtskräftig ist, mehr dürfte man nicht sagen. Ob dieser Mensch dann tatsächlich ein Verbrecher ist, ob sich das Gericht geirrt hat oder so etwas, darüber darf niemand urteilen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Unschuldsvermutung gilt, aller mindestens so lange, bis ein rechtsgültiges Urteil eines Gerichtes vorliegt. Und wer andere Menschen vorverurteilt, der muss gelöscht werden und der muss gesperrt werden. Also wir hatten gar keine Unterdrückung der Meinungsfreiheit, denn nicht alles, was Sie mit Worten meinen können, ist erlaubt. Wenn Sie zum Beispiel jetzt die Meinung äußern, dass es sinnvoll wäre, dass doch mal jemand die und die Person totschlagen sollte oder an einem Galgen aufhängen sollte, dann ist das eine Straftat. Das ist eine Aufforderung zu einer Straftat. Das ist Volksverhetzung oder was auch immer. Das ist schwer strafbar. Also nicht alles, was der Mensch meinen kann oder meinen will, ist frei. Sondern in Wirklichkeit es sind nur sachliche Argumente frei. Es müsste eigentlich heißen, Argumentefreiheit. Und nur sachliche, logische Argumente dürfen ausgetauscht werden. Was der einzelne Mensch meint, durfte er noch nie sagen. Weil wenn ich meine, dass, was weiß ich, der Milliardär X ein Verbrecher ist, dann ist das eine unerlaubte kriminelle Äußerung. Das hat nichts mit Meinungs- und Argumentefreiheit zu tun. Also es gab nie eine Beschränkung der Meinungsfreiheit. Das existiert nur in der Illusion von Menschen, die es gewohnt sind, unerlaubte Formulierungen zu formulieren. Manche denken auch, dass, wenn sich geäußert wurde über bestimmte medizinische oder gesundheitliche Themen, die viele unterschätzen, dass es in unserem Staat nicht erlaubt ist, einfach ohne eine Erlaubnis dazu, irgendwelche medizinischen Fernberatungen zu machen. Das heißt, ein Heilpraktiker, Heilpraktiker und Ärzte sind die einzigen Personen, die in Deutschland befugt sind, sich über Gesundheit und Krankheit und über Details usw. so zu äußern, dass es vielleicht sogar als Beratung verstanden werden könnte. und dann kommt noch erschwerend dazu, das könnte man vielleicht ändern, das sollte man auch ändern, dass die Ärzte auch noch so wie McDonalds quasi an sowas wie die Leitlinien in der Medizin gebunden sind und nicht einfach alles in der Öffentlichkeit raten dürfen. Also auch dort hat noch nie eine Meinungsfreiheit existiert. Also wir sollten also dafür sorgen, also ich denke, diese Meinungsfreiheit, Menschen in Gesundheitsfragen falsch beraten zu dürfen, die sollten wir grundsätzlich nicht zulassen, sondern wir sollten es so machen, dass bei der Gesundheitsreform der Professoren würde es so kommen, dass jede Behandlungstechnik und jede Richtung der Heilkunde und jede Richtung der Lebensberatung eine Hausarztersatzpraxis aufmachen muss und darf und damit dann durch staatliche Erfolgsmessung daraufhin geprüft wird, ob es sich um Scharlatane handelt oder um effiziente Leute. Aber das Recht, im Internet aufzutreten und den Leuten falsche Gesundheitstipps zu geben, sollte man vielleicht dann begrenzen, weil es ist wirklich so, dass es schon im Internet, Fernsehen und so weiter und im Internet schrecklich ist, was da an Desinformationen gegeben wird, weil die Leute ihre Irrtümer wirklich für die Wahrheit halten und die damit versuchen, den Rest der Menschheit zu beglücken. Das ist also nicht ganz ungefährlich. Ja, also insofern würde ich sagen, neues System, wir machen also Gesundheitssystem so, dass jeder Behandler sein Konzept anbieten darf, auch der größte Scharlatan, aber es wird dann von Staatswegen gemessen, wie das Gesundheitsergebnis bei seinen Kunden ist und wenn das Ergebnis schlecht ist, wird das jeder Bürger erfahren und dann werden seine Kunden abwandern und zu seriösen Beratern gehen, sozusagen. Also, ich glaube, wir sind bei Abstimmung sieben. Also, wenn Sie dafür sind, dass wir diesen Punkt sechs hier Wiederherstellung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit einfach streichen und ersetzen durch Reform des Gesundheitswesens so, dass jede Behandlungs- und Beratungsform das Recht und die Pflicht zur Eröffnung einer von den Krankenkassen finanzierten Hausarztersatzpraxis hat und da dann von Staatswegen anhand der Daten der Kunden geprüft wird, ob es sich um Scharlatane handelt oder um gute Leute und damit ist alles gegeben. Wenn Sie diese neue Reform für besser halten, dann schreiben Sie jetzt sieben Ja. Wenn Sie den alten Passus behalten wollen, schreiben Sie sieben Nein. Jetzt steht hier der nächste Punkt. Reform der Familienpolitik, insbesondere des Schulsystems. Ja, natürlich müssen wir das Bildungssystem reformieren und die gesamte Familienpolitik. Da hier aber nichts Näheres steht, gehe ich darauf jetzt noch nicht ein. Ich hoffe, da kommt was Konkreteres, denn ohne Konkretes kann man das auch streichen, weil Familienpolitik, ja, was will man jetzt machen? Will man jetzt sozusagen sozusagen die eine Mutter, ein Kind Familie herstellen? Will man die Großfamilie herstellen? Was will man wie steuerlich verändern? Oder so, steht ja nichts da. Also, was will ich mit einem leeren Punkt? Natürlich müssen wir die Familienpolitik und das Schulsystem ändern, also darüber machen wir keinen Punkt jetzt. So, dann haben wir Reform des Rentensystems. Ja, selbstverständlich muss das verändert werden, aber das ist ja, darauf kann ich ja jetzt nicht eingehen. Reform des Steuerrechts zu einem vereinfachten und leistungsgerechten System. geben. Der Alternativvorschlag der Professoren wäre, Steuersystem ändern, indem jeder Mitarbeiter der Finanzämter dann hohe Verdienstzuschüsse und sonstige positive Anreize als Belohnung erhält, für jeden dann später umgesetzten Vorschlag zu einer totalen Vereinfachung des Steuersystems, sodass dann jemand, der solche Vorschläge gemacht, wie es auch vereinfacht geht, am Ende vorgesetzter wird und am Ende sozusagen im Finanzamt übrig bleibt, während die anderen Leute, die gar nicht gebraucht wurden, nur wegen einer Formulareflut im Moment scheinbar gebraucht werden, die werden in die Wirtschaft entsendet, insofern es sich um Beamte handelt und werden dort mit einem Wirtschaftswunder erzeugen, denn alle diese klugen Köpfe fehlen uns in der Wirtschaft, die werden dort gebraucht und werden dort sozusagen dringend gebraucht und am Ende bleiben die, die guten Vereinfachungsvorschläge gemacht haben, in den Finanzbehörden übrig und werden diese leiten und das einfache Steuersystem mit ganz wenig Personal durchführen. So, finden Sie diesen Vorschlag, das zu konkretisieren durch, wie ich eben schon gesagt habe, Finanzamtsmitarbeiter erhalten gewaltige positive Anreize als Belohnung für jeden später umgesetzten Vorschlag der Vereinfachung des Steuersystems. Ja, so, also 8, ja oder nein? Also Sie schreiben 8, ja oder nein? jetzt kommt 9 ist die nächste. Da steht hier Einführung eines Straftatbestandes bei Steuerverschwendung. Sollte streichen und die Professoren schlagen stattdessen vor, entweder über eine, über Wohlfühlstimmen oder Wohlfühlnoten als neues Wahlrecht und Bürgerrecht melden wir, melden wir dem Staat, dem Bundeswahlleiter zurück, wie gut es uns als Bürger eines Bundeslands oder einer Kommune geht, als Wähler innen eines Bundeslandes oder einer Kommune geht und wenn in einem Bundesland die Leute sich vom Wohlfühlen her besser entwickeln als in den anderen Bundesländern oder als in einem anderen Bundesland, dann werden die Politiker, die verantwortlich sind, die Parteien oder wer auch immer das dann ist, die verantwortlich sind für das Bundesland, wo bei den Leuten das Wohlfühlen nicht so sehr gesteigert wurde, die werden dann natürlich von niemandem mehr gewählt bei allen nächsten Wahlen. Die werden also abgestraft. Also wenn dann jemand Steuerverschwendung praktiziert hätte, bedeutet das ja, dass es einen Mangel an Wohlfühlen bei den Bürgern gibt, weil nichts ankommt von den Steuergeldern sozusagen an positiven Effekten und dann werden diese Politiker, die das begangen haben, abgestraft. Aber einfach so, wer will denn beurteilen, ob und wann tatsächlich etwas eine Steuerverschwendung ist, wer mag denn das beeiden oder wer mag das zweifelsfrei feststellen, das kann kein Gericht der Erde zweifelsfrei feststellen, deswegen also, wenn Sie dafür sind, dass im Sinne der Professoren natürlich in gekürzter Form diesen Punkt zu ersetzen, dann bitte jetzt bei Abstimmung 9 sozusagen 9 Ja, wenn Sie für den alten Passus sind, 9 Nein. Abstimmung 10 kommt jetzt. Für eine freie Impfentscheidung, ja, brauchen wir nicht drauf eingehen, haben wir eben schon gehabt, ne? So. Für eine aufrichtige vorbehaltlose, nachhaltige und gewissenhafte Politik. Das sind aus Sicht der Professoren bis jetzt ja nur völlig leere Worthülsen, bedeutungslos. Stattdessen mit drei Dingen ab ab und ab und zu alle paar Monate eine Volksentscheid, eine Volksabstimmung. Alle jederzeit abgeben dürfen der eigenen Wohlfühlstimme oder Wohlfühlnote, damit die gesamte Wirtschaft, alle Behörden und alle NGOs und alle Organisation gelenkt werden können, zum Guten hin, zum Gutes tun. Meine Wohlfühlnote, mit der Wohlfühlnote, mit meiner Wohlfühlstimme werde ich zum Herrscher über alles, aber auch über die Politik. Einmal das oder zweite Möglichkeit, wir führen oder vielleicht auch dritte, also wir haben den Volksentscheidern, Wohlfühlnote oder Wohlfühlstimme als Möglichkeit und wir haben die Möglichkeit, das sogenannte Vorwahlensystem repräsentative Wählerstichproben entscheiden in Bürgerhäusern, wählen in Bürgerhäusern Konkurrenten zu den bisherigen, zum bisherigen Ministerpräsidenten eines Landes, wobei wir dringend empfehlen würden, dass die Ministerpräsidenten Kanzlerfunktion bekommen, das heißt also, dass sie alles ändern können in ihrem Land, also das heißt, es gibt dann keinen Bundesvorbehalt, sondern was Ministerpräsidenten ändern, überstimmt das, was der Bund an Regeln bringt, nicht umgedreht. Im Moment ist es meines Wissens so, dass in vielerlei Hinsicht die Länder also nur in bestimmten Punkten die Länderhoheit haben, es muss so sein, dass die Ministerpräsidenten und die Kommunen, die Bürgermeister sozusagen, die Oberbürgermeister, die Oberhoheit bekommen. Wenn ein Bürgermeister meint, er müsste einen Bundesbeschluss außer Kraft setzen und durch einen anderen ersetzen, dann wird das gemacht. Die Bundespolitik macht also Dinge, die nach Möglichkeit von keinem einzelnen Oberbürgermeister oder Ministerpräsidenten wieder korrigiert werden müssen, weil sie so gut sind. Aber die Oberbürgermeister haben die Oberhoheit über das, was in allen Kommunen geschieht und auch die Ministerpräsidenten der Länder haben nur insofern die Hoheit über ihr Land sozusagen, können auch da wieder Bundesregelungen abändern. Aber die letzte Oberhoheit hatte immer der Oberbürgermeister. Damit wir, das ist der Grund dafür ist, dass wir wirklich zu einer Politik kommen, in der wir Vergleichbarkeiten schaffen. Wie wollen sie nämlich sonst vergleichen, ob die Bundesregierung gute Politik gemacht hat? Sie haben ja kein zweites Deutschland, mit dem sie das vergleichen können. Wo entwickeln sich die Wohlfühlnoten besser, wo entwickeln sich die Wohlfühlstimmen besser und so weiter. Also Vergleichbarkeiten können sie nur schaffen, wenn sie 16 Bundesländer miteinander vergleichen können und damit 16 Ministerpräsidenten miteinander bezüglich ihrer Leistung vergleichen können und wenn sie sehr viele Kommunen bezüglich ihrer Leistung miteinander vergleichen können. Nur so kriegen sie das her. Wir können noch Folgendes machen, damit es einfacher wird. Wir sagen ganz einfach, nein, die Oberbürgermeister kriegen nicht die Oberhoheit, sondern die Oberhoheit über alles kriegen die 16 Ministerpräsidentinnen. Die können jedes Bundesgesetz abändern. Aber die Ministerpräsidenten entscheiden auch über alles, soweit es nicht im Moment sowieso Kommunenrecht ist. Also wir ändern da gar nichts. immer das Einfachste erst mal gar nichts ändern. Einzige Änderung, die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer haben die Oberhoheit und können jedes Bundesgesetz nach Belieben ändern für ihr Land. Damit wir diese Vergleichbarkeit haben. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Wenn man jetzt in repräsentativen Wähler Stichproben in bestimmten Regionen und so weiter. Wenn da neue Herausforderer gewählt werden und diese dann zum Beispiel diese Herausforderer dann den Ministerpräsidenten ihres Bundeslandes herausfordern dürfen und dann die Wähler diese repräsentativen Wähler Stichproben in den Bürgerhäusern sozusagen diese diesen Ministerpräsidenten wenn die dann wählen also nach einem Jahr diese Wähler beschließen dass dieser Ministerpräsident abgewählt werden soll und durch den neuen ersetzt werden soll dann gibt es sofort Neumalen und das wird jedes Jahr einmal gemacht also nach einem Jahr also die Legislaturperiode von vier oder fünf Jahren wird in vier oder fünf Einzeljahre unterteilt und jedes Mal am Ende des Jahres entscheiden Wähler ob der Sieger in diesem Bundesland sozusagen tatsächlich den Ministerpräsidenten herausfordern darf und dann gibt es Neuwahlen in diesem Bundesland und wenn dann dieser der Ministerpräsident werden will auch noch den Kanzler herausfordern will dann darf er das auch und dann gibt es nämlich auch gleichzeitig noch gleich auch neue Bundestagswahl und denn das hat dann das Dilemma dass dann jemand zugleich Ministerpräsident eines Bundeslands sein muss und gleichzeitig Kanzler das können wir halt nicht anders lösen aber der wird ja viele Helfer haben und so weiter die ihm dann auch assistieren können und so weiter der wird ja hinter sich dann auch sehr viele Freunde Wir sind wir sind also bei Abstimmung 10 wenn sie dafür sind sozusagen dann schreiben sie 10 ja wenn sie dafür sind dass da sowas stehen soll wie durch Wohlfühlstimmen Wohlfühlnoten Vorwahlsysteme und Volksentscheide Sorgen wir für eine aufrichtige und gewissenhafte Politik wenn das da stehen soll dann jetzt 10 ja wenn nicht 10 nein so Abstimmung 11 Schluck Wasser Für eine vollumfängliche Aufarbeitung der politischen Entscheidungen in der Corona Krise habe ich eben schon gehabt ja für einen offenen ehrlichen und vorbehaltlichen Diskurs mit unterschiedlichen Experten da brauchen wir nicht drüber abstimmen das ist empfehlenswert nur mal eine Bemerkung dazu macht das die Partei wir 2020 ja warum nimmt nur eine Variante von wir 2020 das Angebot an von den sich von den Professoren beraten zu lassen obwohl die die ja überall bekannt sind durch Corona Ausschuss durch Kai Stuth durch durch Roger Bittel und total gelobt wurden von den Leuten und so weiter und total positive Kommentare bekommen haben warum trefft die Partei wir 2020 und die Partei die Basis ohne jeweilige Entscheidungen der Parteibasis sozusagen eine Bevorzugung anderer oder bestimmter Experten und hat sich bis jetzt noch nicht für die kompetentesten Experten entscheiden können also ich finde das ist kein offener ehrlicher und vorbehaltloser Diskurs mit unterschiedlichen Experten und das sogar obwohl ja diese Professoren und die next scientists for future die eher völlig auf der Seite dieser Parteien sind und trotzdem werden andere Experten also wird eine Einseitigkeit der Experten praktiziert also eigentlich machen ja wir also einige Varianten von wir 2020 und die Basis Partei im Moment das gleiche was sie gerade der Regierung vorwerfen sie machen einfach das gleiche das nur zum Nachdenken darüber ja also das gebe ich nur so zum Nachdenken mit das ist ein bisschen komisch denn an sich müssten ja der Basis der jeweiligen Parteien ganz offen alle Angebote von externen Experten und externen Reformern zur Abstimmung vorgelegt werden und wenn dann die Parteien die Basis der Parteien bestimmte Experten ablehnt vielleicht weil es sich eben bei den Parteimitgliedern leider um keine repräsentative Wählerstichprobe handelt und damit sozusagen eine solche vorselektierte Personengruppe vorliegt die sozusagen eben zu falschen Entscheidungen kommen muss aufgrund ihrer Parteilichkeit sozusagen dann ist es halt so dann kann man nichts ändern aber das Drama ist doch dass all diese Parteien doch angetreten sind es besser zu machen als die bisherigen Parteien warum dann legen sie der Basis der jeweiligen Parteien warum wird das nicht nicht vorgelegt dass die Next Scientists for Future all diesen Parteien ständig anbieten und angeboten haben als externe Experten und externe Reformer beim Parteiprogramm mitzudiskutieren und damit eine Grundlage für ein parteiinternes konsensieren oder abstimmen der jeweiligen Parteibasis schaffen also darüber können sie mal nachdenken das macht uns große Sorgen denn das bedeutet denn wenn ich wenn ich mich auf bestimmte Experten festlege aber andere Experten ausscheide dann mache ich ja als Partei genau das Gleiche was wir im Moment der Regierung vorgeworfen haben das ist ja das Gleiche das würde ja dann bedeuten dass mit diesen neuen Parteien wir am Ende wieder das Gleiche bekommen würden nur dass diesmal die Experten ein bisschen anders sind hoffentlich besser vielleicht aber auch am Ende schlechter also von daher da würden wir vielleicht vom Regen in die Traufe kommen Schluck Wasser für eine unabhängige und objektive Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien Wenn Sie jetzt dafür sind wir sind bei Abstimmung 11 Ja oder Nein Ich sage Ihnen mal den Vorschlag der Professoren und wenn Sie dann für den sind schreiben Sie Ja also 11 Ja Die öffentlich-rechtlichen Medien werden sofort werbefrei gemacht Lauter Journalisten werden eingestellt die totale Kritiker Kritiker sind der bisherigen Werbekunden also der Pharma- und Medizinindustrie zum Beispiel solche Journalisten die solche Sendungen bei Arte gemacht haben wie Profiteure der Angst oder die Macht der Pharmakonzerne oder ähnlich und diese kriegen dann auch wenn das nur wenige Journalisten sind kriegen diese neu eingestellten wenigen Journalisten 50% der Entscheidungsmacht sodass die Folge ist dass jede Berichterstattung objektiv ausgewogen und vielseitig sein wird weil die Kritiker der Pharmakonzerne und Medizin und Impfkonzerne werden immer darauf bestehen dass auch die Kritiker gehört werden in der Berichterstattung und zwar genauso lange wie die Befürworter und das führt dann automatisch zur unabhängigen und objektiven Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien anderen andere Dinge kann man mal später diskutieren ob man nicht die wohlfühlstimmen mit der journalistischen Tätigkeit koppeln sollte oder so dass man noch andere Möglichkeiten hat für eine objektive Berichterstattung zu sorgen aber bleiben wir erstmal bei diesem Punkt wenn Sie dafür für den Vorschlag der Professoren sind schreiben Sie jetzt 11 Ja wenn nicht 11 Nein Abstimmung 12 Zukunftsfähige Finanz- und Steuerpolitik für ein nachhaltiges und stabiles für die Haftung bei fahrlässiger Steuer das hatten wir alles schon hatten wir alles schon letzter Punkt jetzt also Abstimmung 12 ist jetzt erstmal die letzte weil das das Grundsatz Programm von wir 2020 EU ist also einer der drei Parteien die aus wir 2020 sozusagen aus denen sich oder ein Teil von wir 2020 ja und da steht jetzt hier für die Besteuerung der in Deutschland tätigen internationalen Konzerne Abstimmung 12 wäre wenn Sie jetzt den Vorschlag der Professoren besser finden dann würden Sie dann mit Ja sagen die Professoren schlagen vor Prüfung der international tätigen Konzerne darauf hin ob sie wenn wir sie besteuern würden oder höher besteuern würden oder mehr besteuern würden als bisher ob dann die Gefahr einer Abwanderung dieser Konzerne aus Deutschland heraus besteht welche Folgen das hätte im Sinne von Arbeitsplatzverlusten und Einnahmenverlusten bei den Steuern der Arbeitnehmer und wenn dann in der Summe eine Besteuerung dieser Konzerne sinnvoll erscheint weil die Verluste wenn diese Konzerne abwandern würden und zukünftig einen Bogen rund um Deutschland machen würden wenn dann in der Summe sozusagen die Verluste so minimal wären dass wir das riskieren können dann eine Besteuerung der international tätigen Konzerne ansonsten lieber nicht denn wir wollen uns ja nicht selber schaden nur indem wir uns hinterher sozusagen die Genugtuung haben oh diesen internationalen Konzernen haben wir es aber gezeigt jetzt besteuern wir die und am Ende haben wir uns selbst geschadet und Deutschland ist ein ärmeres Land geworden das wäre doch nicht sinnvoll also bitte also keine Entscheidung aus Hass heraus sondern aus Vernunft heraus wenn sie für diesen Vorschlag sind machen sie jetzt zwölf ja so viel zu dieser Sendung in der nächsten Sendung werden wir wahrscheinlich wieder auf das Parteiprogramm von die Basis wieder zurück wechseln also tschüssi bis bald auf das diren hat dann die oder die 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 Vielen Dank.